Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 8.11. und wir waren jetzt Viertel vor sieben. Ich muss aufstehen. Unsere Nacht war eigentlich ganz gut, auch wenn ich total miede bin, aber Dominik ist will ja irgendwann hochgekommen, er liegt da noch. Und Hannah hat aber die Nacht super gut geschlafen. Ich bin gerade ehemals der Wecker ging kurz vor halb sieben, ist mal runtergestürmt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Gott, die hat sich gar nicht gemeldet und die dreht sich im Moment wieder so viel auf den Bauch und ich habe mir natürlich das Schlimmste ausgemalt. Die liegt irgendwo im Kopf voll in der Matratze oder so, aber war alles gut. Ja, mir tut heute wieder einiges weh. Wir haben gestern unseren dritten Sporttag gehabt, bzw. ich mit Jürgen zusammen. Mir brennen ganz schön die Beine und der Rücken tut mir halt weh, weil er ja viel Übungen für den Rücken machen und für die Beine. Aber Muskelkater hatte ich jetzt gefühlt, eben als ich auf war, noch nicht. Aber normalerweise kommt der ja auch erst ein bisschen später. Sagt mir zumindest Jürgen immer, ja, jetzt werde ich dann erstmal aufstehen und ins Bad gehen, mich waschen etc. Und dann frühstücken hier. Und dann geht Dominik in den Kindergarten. Ja, dazu kurz nochmal. Also ich hatte ein bisschen Angst, ihn in den Kindergarten zu schicken, weil er immer noch diesen starken Husten hat. Aber ich hatte gestern Morgen bei der Ärztin angerufen und die hat halt gesagt, der kann ruhig in den Kindergarten das ja auch bedenken muss. Also geht der auch in den Kindergarten. Und ich gebe ihm halt jetzt so diese Inhalation dazu noch so ein Kräuter-Hustensirup. So einen homöopathischen mit Isländisch-Moos und Honig und noch Erhol vergessen. Und den hat Jürgen extra gestern geholt. Eigentlich sollte er mir einen Spitzwegerich-Hustensirup holen. Aber stattdessen hat er mir einen anderen geholt. Aber Domi nimmt den auch. Hat den schon zweimal genommen gestern. Und ja, dann ist das ja gut, denn vielleicht hilft er ihm auch noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, der ist irgendwann in der Nacht heute hochgekommen. Ich habe ihn nicht mitgekriegt. Also gehe ich auch mal davon aus, dass er weiter nicht gewusstet hat. Ja, das ist ja dann schon mal gut. Ich denke mal, so langsam geht es bergauf. Ja, und dadurch, dass er ja nicht ansteckend ist, fahren wir wohl auch am Samstag zu meinen Eltern und sehen dann endlich auch die Pauline. Da freue ich mich dann schon drauf. Also sein Husten wird noch sehr viel schlimmer oder so oder irgendwas anderes. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Gut. Es geht nur kein Quatsch heute Morgen. Ich gehe runter und mache mich fertig. Hallöchen. Ja, wir sind jetzt zurück. Aber wir haben schon kurz nach neun. Ich habe gerade schon eine Spülmaschine eingeräumt. Die läuft schon und die Wäsche noch wegsortiert von gestern. Ja, Dominik war heute Morgen nicht gut gelaunt. Jürgen musste ihn erstmal aus dem Bett holen. Der wollte überhaupt nicht aufstehen. Also es war ein echt großer Kampf. Und dann war der total quatschig. Der ist total übermüdet. Es hat mir schon ein bisschen leid getan, ihn in den Kindergarten zu schicken irgendwie. Weil ich jetzt auch nicht so genau einschätzen konnte, war es jetzt wirklich nur einfach, weil er müde war, weil er nicht gut geschlafen hat. Oder von der Kränklichkeit, weil er hat auch gesagt, er hätte Bauchweh, aber das habe ich ihm nicht so ganz abgenommen. Er wollte seinen Esel, er hat so einen Wärmeesel. Den Emil, den wollte er warm gemacht haben. Das habe ich ihm auch gemacht, aber ich glaube nicht, dass der Bauchweh hatte. Aber der war halt richtig quatschig. Bei jeder kleinsten Kleinigkeit, die ihm nicht in den Kram gepasst hat, hat er sofort geweint. Und das hatten wir am Montag ja schon, dass der da so extrem war. Naja, ich habe ihn jetzt in den Kindergarten gebracht. Und Hanna schläft. Und deswegen habe ich hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Oh, da hinten steht es, sorry. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und zwar will ich jetzt gleich für euch mein Zeitgard, LR-Zeitgard-Fazit für euch drehen. Ich hoffe, Hanna schläft noch ein bisschen. Im Moment ja auch nicht so gut vormittags. Ja, wie gesagt, das wollte ich für euch dann machen. Weil die 10 Tage sind jetzt um. Genau. Und genau, das könnt ihr euch ja dann in einem anderen Video angucken, wenn euch das so interessiert. Ja, sonst wüsste ich jetzt gerade nichts, was ich euch erzählen soll. Also würde ich sagen, wir sehen uns später wieder. So, ich habe jetzt das Video für euch fertig gedreht. Wir haben inzwischen auch schon kurz nach 10. Ich, ähm. Oh. Das hat gerade keine Antwort vom Server. Hä? Keine Ahnung, was mein Handy gerade von mir will. Ja, ich wollte euch noch erzählen. Bei Instagram habe ich schon gepostet. Und zwar habe ich meine erste Jubelkerze bestellt. Und zwar von der Daniela Katzenberger aus dieser Weihnachts-Winter-Edition. Und zwar den Geruch Zimtstern. Und ich bin so spannend, wie die riecht. Mhm. Ich habe mir jetzt eine mit einem Armband bestellt, weil ich habe früher sehr viele Ringe getragen. Aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und seit den Schwangerschaften passen mir meine alten Ringe auch gar nicht mehr. Und irgendwie bin ich nicht mehr so der Ringträger. Obwohl ich das wahrscheinlich auch nochmal machen könnte. Äh. Sondern eigentlich, wenn dann eher mal ein Armband oder eine Kette. Und deswegen habe ich mich für das Armband entschieden. Weil Kette ist doch für Hannah und auch für Dominik so eher ein Reizpunkt als so ein Armband. Ja. Und dann wollte ich noch fragen, wie das bei euch eigentlich so ist mit Weihnachts-Deko. Wann fangt ihr eigentlich an? Also ich wollte nächste Woche so langsam anfangen. Und ich wollte wissen, ob ich euch da mitnehmen soll. Ob ich da so einen Deko-Vlog machen soll. Oder ob ihr da nicht so Lust habt. Ich habe hier auch gerade nämlich neben mir ein Fensterbilder liegen. Und zwar haben wir da zum Teil beim Wiedel zugeschlagen. Hier so für die Kids. So ein bisschen was Buntes. Und dann habe ich jedes Jahr, hole ich dann immer diese einfachen Sterne. Oh. Den habe ich gar nicht mehr im Bild. Die mache ich mir eigentlich immer so an die Dachfenster. Nicht eigentlich immer ganz schön. Aber wie ich es dieses Jahr mache, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht so viele Klebebilder dieses Jahr. Und dann habe ich hier einmal so Gel-Sticker. Holbald Dominik liebt diese total. Meine Schwiegermutter hat ganz viel von diesen Gel-Deko-Stickern. Immer so allgemein. So für das ganze Jahr eigentlich. Und Dominik liebt die. Und die weiß ich noch nicht, ob ich die dann ins Kinderzimmer mache. Oder ob ich die... Wir haben ja hier nochmal die Glastüren. Ob ich die dann da dran mache. Da habe ich sonst auch schon mal Fensterbilder dran gemacht. Ich weiß es noch nicht. Weil Dominik die dann immer abhobbt. Wäre auch nicht so gut. Da muss ich mal überlegen. Ja. Und dann wollte ich nächste Woche anfangen. Ich muss gucken. Ich habe ja nächste Woche Donnerstag den Termin zum Weisheitsziehen. Ich habe schon so Angst, wenn ich da dran denke. Deswegen denke ich so gut wie nicht daran. Äh, ich... Ne. Ist nicht so... Freue ich mich nicht so drauf. Deswegen muss ich davor schon so ein bisschen anfangen. Denn bei uns ist das so... Ähm... Also ich habe nächste und übernächste Woche hätte ich dann. Und ich putze halt dann eigentlich auch immer die Fenster mit. Bevor ich die halt dekoriere. Auch wenn ich die noch nicht vor allzu langer Zeit geputzt habe. Ähm... Genau. Und dann putze ich die und dekoriere die dann. Und ich habe ja dann... Also nächste und übernächste Woche. Weil bei uns ist das so. Oder bei mich macht das halt so. Totensonntag ist dieses Jahr am... Ich meine am 26.11. Also der letzte Sonntag im November. Und bei mir ist ab da nach dem Tag mache ich Lichter an Fenstern und so an. Und ich habe halt auch so ein bisschen Sachen, die ich... Leuchtechnisch so in der Wohnung habe. Die mache ich manchmal auch schon früher an. Aber eigentlich ist das der Stichtag. Manche fangen ja auch erst nach dem ersten Advent an. Und da würde mich mal interessieren, wie das bei euch so ist. Ob ihr da auch erst zum ersten Advent anfangt. Oder ob ihr auch schon nach dem Totensonntag anfangt. Das würde mich mal interessieren. Und wann ihr so dekoriert. Ja. Genau. Das interessiert mich. Weil ich bin ja... Wahrscheinlich habt ihr das ja schon so gesehen. Eigentlich nicht so unbedingt der Deko-Typ. Aber Weihnachten ist für mich die Deko-Zeit. Ich liebe das. Also für mich gehört es auf jeden Fall dazu, dass die Fenster beleuchtet sind. Weil ich hasse es. Diese dunkle Jahreszeit. Und ich mag halt nicht so gern diese extreme Beleuchtung. Dass halt dann ständig die Deckenleuchten an sind. Deswegen finde ich das total wichtig, dass man halt so Lichter hat, die so ein bisschen kleiner sind. Ja. An den Fenstern dann. Wo man halt beleuchten kann. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, die Hannah ist wach. So. Hannah hat ja eine tolle Sturmvisur. Ja. Da sind wir wieder. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo ich so bei der Weihnachtstirkus stehen geblieben bin. Aber ich denke mal, das Thema werde ich noch öfter aufgreifen in nächster Zeit. Ja. Und ich freue mich dann auch schon wieder auf Roszkowski Wintermusik. Also Weihnachtsmusik. Die liebt Dominik auch total. Die fand er letztes Jahr schon so toll. Da wird er sich ja auch wieder drauf freuen, denke ich mal. Und aktuell haben wir ja nun mal kurz vorm Laternenumzug. Also St. Martin. Und da gehen wir am Freitag mit dem Kindergarten. Und da würde ich euch gucken, ob ich euch da mitnehme. Eventuell. Jetzt kommt wieder dieses eventuell. Werde ich auch dann dort meinen jede volle Stunde Tag wiederholen. Den ich am Montag ja schon anfangen wollte. Und werde den auf den Freitag setzen. Aber das muss ich mir dann nochmal überlegen. Genau. Ja. Und wie gesagt, da freue ich mich schon drauf. Ja. Aufs Singen. Und die Laterne von Dominik habe ich gestern dann auch mal gesehen. Ist eine relativ einfache. Aber ist ja für das Alter auch in Ordnung. Und die so eine ganze Runde. Jetzt zeige ich euch dann, wenn wir die haben. Am Freitag können wir die ja mit nach Hause nehmen. Genau. Und hoffen, dass wir gutes Wetter haben. Denn heute ist es ziemlich diesig. Typisch November. Typisch Novemberwetter haben wir heute. Und ich hoffe, dass das am Freitag nicht regnet. Denn wenn es regnet, fällt es nämlich aus. Das stand in der Einladung schon. Und das wäre total schade. Weil wir haben zwar am Samstag dann noch hier einen großen Umzug. Aber da waren wir letztes Jahr und ich fand den jetzt nicht so toll. Also ich fand es schön, weil die hier halt die Laternen, die Fenster so schön mit Laternen schmücken und so. Aber der war schon sehr, sehr lang. Und ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass wir ja vom Kindergarten den mitmachen. Also, dass der nicht ausfällt. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich wahrscheinlich die Hannah erstmal füttern. Ich weiß nicht. Gerade macht sie noch nicht so einen hungrigen Eindruck. Aber die ist noch ein bisschen müde gerade eben gewesen. Und dann melde ich mich, denke ich mal, dann auch erst wieder, wenn der Dominik wieder da ist. Es sei mir fällt nochmal zwischendurch was ein. Ja, genau. Tschüssi. Hallo. Kuckuck. Wir sind jetzt wieder zu Hause mit dem Dominik. Wir haben jetzt gleich sogar schon 3 Uhr. Und Dominik spielt gerade Mixen oder was weiß ich. Hier hat er so eine Steckdosenleiste. Die ist nicht eingesteckt. Die hat er da hinten in den Spielsachen eingesteckt. Und hat sich jetzt hier einen Steckdosenadapter genommen und spielt damit irgendwie Mixen. Keine Ahnung. Und die Hannah ist heute wieder ein bisschen quengelig. Die frisst wieder ihre Hand da gerade. Oh, ein bisschen zu nah. Die hat gerade eben gegessen. Also Hunger hat sie nicht. Aber sie ist ein bisschen unleidlich. Die mag im Moment wieder nicht so gerne schlafen ohne Mama. Gleich fällst du um. Ja. Und ich weiß nicht, könnt ihr das gerade sehen? Die drückt immer mehr ihren Po so nach oben. Und dann schiebt die sich ja auch schon mal ein bisschen so nach vorne. Also wenn sie dann oben ist, sie ist jetzt müde. Aber so richtig findet sie nie in den Schlaf. Vorhin, kurz bevor wir Dominik holen mussten, hat sie schon mal auf mir gelegen und da ein bisschen eingeschlafen. Und dann musste ich sie wecken, weil wir los mussten. Es hat mir leid getan. Bin schon extra ein bisschen später losgefahren als sonst. Aber ich musste sie ja trotzdem wecken, die arme Maus. Ja, Dominik hat sich irgendwie mit Wasser beleppert. Deswegen hat er eine Hose an. Also es ist deine. Aber auch Dominik immer auf die Couch und dann runterziehen. Das macht so deine Krach. Die ist schon ein bisschen kurz. Das ist noch eine 92er Hose. Das ist ja so eine Wechselhose, die wir da mal hingegeben haben. Also die müsste ich mal austauschen. Aber eigentlich hat er sich nie beleppert und jetzt hat er sich gestern schon beleppert. Da hatte er ein anderes, also auch seins, aber ein anderes Oberteil an als morgens. Und heute eine andere Hose. Ich hatte schon gedacht, es wäre vielleicht ein anderer Unfall passiert, dass er vielleicht Pipi in die Hose gemacht hat. Weil er im Moment heute Morgen so ein bisschen schlecht drauf war. Oh, ein Blatt. Ein Dekoblatt. Ist gut. Aber die Erzieherin hat dann erzählt, dass er sich wohl beim Mittagessen irgendwie mit den anderen Kindern irgendwie ein bisschen... Ne, du packst auf die Kamera, Schatz. Dann geht das immer aus. Ja, dann geht aus. Dann seh mir deinen Finger auf dem Bild, Dominik. Dass sie mich dann anfassen, Schatz. Dass sie sich dann irgendwie beleppert haben. Also es war auch nur oben ein bisschen nass. Also er wusste es wohl selber nicht, weil ich hatte ihn gefragt und ich hatte halt dann gedacht, weil er nichts gesagt hat. Oh, Dominik hat mir das hier hingemacht. Seht ihr das? Ja, und deswegen hatte ich dann schon gedacht, es wäre vielleicht ein Unfall passiert. Aber er wusste es wohl selber nicht, weil als die Erzieherin das gesehen hat, hat sie ihn nämlich auch gefragt und er hat es nicht erzählt. Also denkt sie auch, er hat es wahrscheinlich, weiß es selber nicht, wie es passiert ist. Wahrscheinlich irgendwie im Spiel beim Mittagessen. Oh, ich habe Deko an mir. Ist das nicht süß? Ja. Dann haben sie heute Buchstabensuppe gegessen. Im Kindergarten hat er erzählt. Ja. Oh, die Hanna ist so neben mir. Dann hat er gerade eben angefangen zu puzzeln. Dann war ihm das aber nicht mehr lustig genug. Und dann hat er sich jetzt diese Steckdosenleiste geholt. Die haben im Moment hier liegen, weil wenn wir hier mit der Banner spielen, dann müssen wir die haben. Ja. Heute war ich ein bisschen faul. Also beziehungsweise, was heißt faul? Also ich habe da schon Sachen gemacht. Ich habe die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Katzenklo habe ich gemacht. Ich schaue, ich schaue. Jetzt zieht sie sich wieder die Beine so. Nur jetzt hat sie den Kopf noch so runter. Sieht ihr das? Sieht ihr die am... Sieht die am drängend. Ich will aber jetzt. Guck mal, ein Kreisel. Mäuschen. Ein Kreisel. Ein Kreisel? Guck mal, mein Lieben. Ein Kreisel. Er hat das zusammengeführt, dass es ein Kreis ist. Wie sollen die das sonst verstehen, mein Schatz? Ja. Jetzt hat sie den Kopf wieder so hoch gemacht. Ich weiß nicht so ganz, was sie versucht. Das sieht fast aus, als wenn sie einen Purzelbaum machen will oder so. Also sie probiert sich im Moment ganz... Oh, das war das Köpfchen. Sie probiert sich gerade im Moment extrem aus. Sie dreht sich halt jetzt auch über die rechte Seite auf den Bauch. Das hat sie ja bis gestern immer nur über die linke Seite. Ja, und jetzt klappt das über die rechte Seite super gut. Und jetzt ist sie echt... Es ist echt Wahnsinn. Ich bedenke, dass sie erst fünf Monate alt ist. Wenn sie so da liegt und sich so bewegt, dann denke ich manchmal, sie müsste schon mindestens neun, zehn Monate alt sein. Wenn nicht so gealter. So vom Empfinden her. Weil bei Dominik war das halt alles viel später. Ja. Was das gerade... Achso, ich war am erzählen, dass ich faul war. Aber ja. Ich habe aber Videos für euch gedreht. Das Zeitgard-Video habe ich euch ja erzählt. Das Fazit-Video. Und ich habe aber noch andere Videos gemacht. Weil wenn ich einmal dran bin mit Quatsch-Videos und die Hanna so gut schläft, dann kann ich auch gleich weitermachen. Oh, ich muss sie mal gerade zu mir nehmen. So, ich muss sie jetzt gleich mal versuchen ins Bett zu legen. Die ist total müde. Und wenn das nicht klappen muss, ich ein bisschen mit ihr auf die Couch. Dominik, bitte in die andere Steckdose stecken wohl. Dominik. Nein. Nicht in die weiße da hinten, bitte. Aber da ist dann Strom drauf, deswegen möchte ich das nicht... So, ihr merkt ja, die Kine wird gerade ein bisschen quengelig. Ich melde mich später wieder. Kennt ihr das, wenn Kinder überhaupt nicht hören? Dominik ist gerade das beste Beispiel. Hanna quatscht hier rum. Und ich kriege die kaum gebändigt. Und Dominik hört nicht, wenn ich sage, du sollst aufhören damit, Dominik. Nein. Und er tut es trotzdem, seht ihr das? Und ich bin gerade echt wieder ziemlich sauer. Aber so sind Kinder und so ist das Leben mit Kindern. Dominik, jetzt ist gut. Einmal noch und dann ist es vorbei, bitte. Jetzt, ich bin leider dunkel, aber jetzt ist das Geheule groß, weil ich Dominik jetzt in sein Zimmer gebracht habe. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Im Moment bringt er mich wieder richtig zur Weißglut. Der hat so einen dollen Husten, dass ich ihn eigentlich drücken könnte und die ganze Zeit kuscheln könnte, weil er mir so leid tut. Und auf der anderen Seite fängt er dann wieder mit solchen Sachen an, wo ich mir dann denke, Kind, bitte. Hanna schreit und die ist total müde und ich versuche gerade sie zum Schlafen zu kriegen. Und der Kleine macht dann nur Unsinn. Ich, ja. Es werden wahrscheinlich viele Mütter von euch kennen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann so macht mit euren Kindern. Wie gesagt, bei uns kommt Dominik in sein Zimmer. Er hasst es wie die Pest, wenn er in sein Zimmer muss und die Türe zugemacht wird. Das ist für den echt das Schlimmste. Ja, jetzt kann ich wieder neu anfangen. Hanna versuchen zum Schlafen zu bringen. Mal gucken, ob es klappt. So, die Wogen haben sich jetzt wieder geglättet. Dominik ist auch wieder da. Er ist jetzt auch wieder lieb. Er spielt mit seinem Hubschrauber. Ich bin immer noch etwas dunkel, weil Hanna schläft noch auf mir ganz, ganz wild. Träumt sie gerade. Ich wollte euch gerade noch... Ich versuche euch mal so ein bisschen zu drehen, dass ihr mich vielleicht ein bisschen besser seht. Naja, auch nicht viel besser. Ich habe gerade die Bestätigung gekriegt von der Post, dass morgen meine Juwelkerze kommt. Meine erste. Ich freue mich ja so drauf. Ich werde euch die Kerze auf jeden Fall zeigen. Ich freue mich total drauf. Und werde auch auf Instagram darüber posten. Könnt ihr ja schauen. Wer mir noch nicht folgt. Ich heiße dort ebenfalls Kati at home. Nur das Ad halt ausgeschrieben. Und mit Unterstrichen zwischen den Namen und hinten dran noch JT. Oh, habt ihr das gerade gehört? Pff, pff, pff. Moti Hanna träumt ganz doll. Ja, gut. Das wollte ich euch noch eben sagen. Und dann sehen wir uns später wieder. Käu. Käu. Et dann, prob...